Ich will mit euch heute reden, und zwar... Ich will was ganz Peines, und zwar... Und zwar seit rund 2000 herum, 2012 so... ...sind wir in den Kos getreten, und ja, die Eiszeit ist vorbei, der kosmische Winter ist vorbei, und... Moment, bitte, kurz, kurz ernst, das ist jetzt wirklich ernst... Ja, also... ...möglicherweise sind wir jetzt scheiße... ...die Opfer... ...opfer, Opfer... ...diese Option steht halt offen... ...durch das, dass wir jetzt... ...ins Zeitalter des goldenen Schlafens eingetreten sind, werden jetzt neue Kos ergründet... ...und meine lieben Menschen... ...Menschenfreunde... ...danach... ...nach dieser Phase... ...erwartet uns glorreiches... ...durch... 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 ...nesieren dercuhe... Vielen Dank.